Weil wir werden oft auch programmiert, du darfst nur das pfeifen, was du siehst. Absoluter Quatsch. Du musst auch mal was pfeifen, was du nicht gesehen hast. Das erklärt jetzt auch so manche Entscheidungen vielleicht. Ne, weil es die richtige ist. Ich habe das Viertelfinalspiel gehabt, England gegen Portugal. Nein, du kannst jetzt nicht sagen, was du nicht gesehen hast. England gegen Portugal, ich sag's dir. England gegen Portugal war eine Szene, 90. Spielminute 1 zu 1. Beckham, Freistoß von der rechten Seite. Weißt du, als Schiedsrichter, verdammt, jetzt wird es nochmals gefährlich, oder? Bist ja total konzentriert. Ball kommt, geht an die Latte, von der Latte springt er zurück. Campbell kommt hoch. Ein Riesentyp, dieser Campbell, oder drei Meter fast in der Luft, tack, macht er rein. Und ich habe gesagt, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas stimmt nicht. Und habe gepfiffen. Habe das Tor nicht gegeben, der Assistent hat es gegeben. Ich habe gesagt, nein, das stimmt nicht. Irgendwas stimmt nicht. Ich habe es nicht gegeben. Wusste aber nicht, was es war. Schlussendlich. Keine Ahnung. Jetzt verstehe ich eigentlich. Nein, der war der Fall. Nein, das hat die Engländer jetzt hier mitbekommen. Nein, es war richtig. Und warum habe ich gepfiffelt? Weil das Bild nicht gestimmt hat. Das Bild war nicht richtig. Das Problem ist, hier war der Campbell drei Meter in der Luft und es war keine Hand vom Torhüter. Der Torhüter war nicht präsent. Und auf diesem Niveau muss die Hand des Torhüters irgendwo in diesem Bereich sein. Da gibt es so ein Bild und irgendwo müsste die Hand sein. Da war kein Torhüter vorhanden. Da habe ich gesagt, irgendwas stimmt nicht. Und ich wusste aber nicht, ist der Torhüter ausgerutscht? Hat er einen eigenen Spieler, hat ihn vielleicht behindert oder war es ein Engländer? Die Chance, dass es ein Engländer war, war die grösste. Also habe ich das Spiel unterwunden. Und es war Terry, der den Torhüter auch runtergedrückt hat. Das war das Problem. Wenn ich nach Schulmeinungen gepfiffen hätte, hätte ich das Tor gegeben. Wir hätten nachher die Binder gehabt. Es wäre ein Riesenskandal gewesen. Klares Foul, viel bla 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 bla. Also ich habe einen richtigen Entscheid getroffen aus dem Bauch raus. Aber es entstehen jetzt einiges. Klares Foul, viel bla 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 bla.